Dieser Duft ist wirklich ein krasser Geheimtipp für unter 100 Euro. Ja, Chopin macht nicht nur Uhren, sondern auch richtig geile Düfte und die kennen wirklich die wenigsten unter euch, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die sind wirklich nicht mal teuer. Ja, Ud Malaki steht drauf, zack, 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 wir machen das Ganze auf, ohne Großreden und reißen die Folie auseinander. Nachdem die Folie weg ist, machen wir den Karton auf. Ja, das Ganze ist relativ unspektakulär und sehr einfach gehalten, aber für unter 100 Euro erwarte ich kaum was. Ja, was sagt ihr zum Flakor-Design? Lass es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich finde das Ganze gelungen und wenn man jetzt ganz genau drauf achtet, ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber der Deckel sieht aus wie so ein Armband von der Uhr. Ja, genauer gesagt von der Chopin-Uhr wahrscheinlich. Ja, das sind so kleine Dinge, die mir wirklich auffallen und ziemlich gefallen. Ansonsten liegt das Ding wirklich sehr schwer in der Hand und es könnte auch locker 300 Euro kosten und wirklich niemand würde meckern. Was bringt das beste Flakor-Design, wenn der Duft nicht stimmt? Der Ud Malaki ist so ein bisschen ambriert, hat Ud drin, er hat ziemlich viele Gewürze und ist unterm Strich einfach orientalisch. Was ich auf jeden Fall rausrieche, ist, dass das Ganze so harzig ambriert ist. Aber auch so ein bisschen Tabak und Leder drin hat. Also wie ich schon zum Flakor gesagt habe, das Ganze könnte locker teurer sein und niemand würde meckern. Und genau so ist es mit dem Inhalt. Der könnte auch locker das 2- oder 3-fache kosten. Ja, das Ganze wirkt ansonsten ein bisschen leicht in der Luft, nicht allzu stark. Ich erwarte jetzt aber auch nicht, dass es ein Bismut-Duft ist, hält aber dafür umso länger. Aber ansonsten natürlich ein richtig geiler Duft, vor allem fürs kleine Budget. Wenn du jetzt nicht viel ausgeben möchtest, aber einen Duft haben möchtest, den niemand trägt und niemand kennt, dann wäre es auf jeden Fall ein Kandidat für dich. Habt ihr schon mal die Chopin-Düfte ausprobiert? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und macht das Plus weg für mehr solcher Tipps.